hallo und herzlich willkommen zur let's play fifa 19 karriere so nach dem super champions league spiel gegen ars monaco spielen wir heute auswärts gegen schalke 04 die mannschaft ist noch einigermaßen fit deswegen lasse ich die so und wir springen das heimtrikot passt es ist neblig in der weltklasse unser schützeweiler ist klar flanken skill hoch nicht getroffen oh gott ja 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 wohl ne gott gott das trifft hoch und durch egal ich gebe aber einen kontaktoren also bis dann wir begrüßen sie liebe zuschauer aus der feldins arena wolf fuß und frank buschmann begleiten die partie heute für sie freuen wir uns auf das spiel fc schalke gegen werder bremen buschi was erwartest du von der heutigen gastmannschaft saison ziel ist die ueva europa league und das sieht natürlich aktuell sehr gut aus da liegen sie sogar ein wenig über dem soll von ihm erwarten wir heute einiges er ist eindeutig in form das zeigen schon die drei treffer die er in den letzten drei partien erzielt hat 18 18 d da haben wir die anfangsformation der schalker 532 sehen wir heute bei ihnen ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen grundordnungen ja aber wer weiß wolf das könnte schon passen grundsätzlich sind sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet aber dann kommt es aufs schnelle umschalten hat auch damit läuft die erste hälfte schalke 04 mit dem anstoß rega ludwig augustin son klassen da kann er sich den ball holen schalke jetzt über außen mal gut jetzt könnte die flanke einschlagen erst mal keine gefahr da passt er auf und hat den ball genau jetzt die flanke gut aufgepasst so wird das hier der versuch stark von kohlen ja das gibt eckball schöner schuss aus der zweiten reihe aber der torwart ist zur stelle und pariert diesen ball war ja kein schlechter schuss aber eben auch gut aufgepasst aus der distanz zieht er da ab das sieht auch richtig gut aus aber der torwart hat die passende antwort super die chance aber das klappt da hat nicht viel gefehlt und kose gut aufgepasst vom verteidiger jetzt die flanke da kommt die flanke gut abgefangen dieser ball der schuss war gefährlich aber der spieler blockt ihn richtig gut kelly juli schöpf oma mascarelle gibt es jetzt die gelegenheit ah ärgerlich ballverlust da sind mitspieler frei der ball erst mal raus gut gemacht ein wurf schalke der ball spieler raus hereingabe jetzt gefahr erst mal bereinigt nach dieser hereingabe mariega mal gut und den schuss block der abwehrspieler entschlossen geklärt oma mascarelle mal gut jetzt liegt vor allem er zieht ab gar keine herausforderung hier für den torhüter klassen oma mascarelle mariega schöpf jetzt könnte es gefährlich werden sehr gut geblockt vom abwehrspieler das wäre gefährlich geworden und schreien gnabry ludwig augustinsson einwurf jetzt milos welkowitsch klassen und hier wird es ein wurf geben jetzt schreien jetzt vielleicht die flanke nun aldo oma mascarelle oma mascarelle oma mascarelle gelöst vom abwehrspieler in dieser szene aber jetzt haben sie die ball verloren aber jetzt haben sie die ball verloren alessandro schiff oma mascarelle er schießt da schießt er den ball knapp übers tor oma mascarelle oma mascarelle oma mascarelle oma mascarelle ist ja mittlerweile bestätigt worden sein neuer verein heißt everton ein toller transfer er bringt ja richtig qualität mit jetzt grüße am ball gnabry und schreien da kommt die hereingabe nein doch nicht die flanke kam nicht so gut rein sie müssen aufpassen jetzt im spielaufbau ocibka olega so nachspielzeit angezeigt gibt noch mal zwei minuten drauf serge gnabry flanke jetzt da können sie erstmal klären Kelly jury keine tore zur pause für beide teams vor allem offensiv sicher noch Luft nach oben relativ unauffälliges spiel bislang von ihm oder buschi es geht weiter die zweite hälfte wurde angepfiffen kuse fast die führung das nächste spiel steht an in der bundesliga für den fc schalke dann geht es auswärts gegen den sc freiburg da sollten sie dabei sein minzua kaligiri schöpf oma mascarell schöpf und schöpf jetzt haben sie den ball verloren auch dieser ball kommt an das macht er gut heute er ist da und kann den ball hier klären der angriff sah gut aus aber dann kommt doch noch ein gegenspieler dazwischen auf dem flügel ist jetzt platz das gibt einen einwurf den ball entschärft er ganz locker max kruse sehr gut gemacht jetzt schießt er präzise in die unterenke und da gab es dann auch nix zu halten so jetzt können wir uns den treffer noch mal genau anschauen diesmal aus einer anderen kamera perspektive er freut sich über das führungstor sie setzen so ein taktisches konzept im moment richtig gut um so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht er überzeugt heute als passgeber super einsatz da kann er ihn stoppen genau hereingabe hereingabe kam gut aber der ball ist erst mal weg serge gnabry klassen mit spieler frei jetzt kann der pass kommen so erst mal geklärt nach dieser reingabe jetzt muss er hier neue impulse setzen sie liegen hinten und er versucht ist mit einem wechsel so ecke kommt klassen wo chip gab mariega gleich gibt es eine auswechslung bei der einmannschaft jetzt scheint da wäre jetzt platz da ist die flanke sie haben diese partie jetzt doch mehr oder weniger im griff sieht im moment gut aus und das tor gibt natürlich zusätzlich selbstvertrauen und jetzt die wiederholung des treffers ja da konnte er ja fast nicht anders als hier zu treffen die hereingabe perfekt wunderbar anzugreifen wirklich und wir dürfen uns dieses poppaltor noch mal in der wiederholung ansehen schön hereingegeben klasse verwertet das ist hier die erfolgsformel das 2 0 führung ausgebaut mal sehen ob sie so weitermachen gut naldo schöpf 20 minuten haben wir noch auf der uhr mal sehen was sich noch tut gibt einwurf bei schalke wird es einen wechsel geben buschi ja und ich bin gespannt wie das dann gleich auf dem rasen aussehen wird auch in taktischer hinsicht egelstein und kruse königsblau wieder am ball oma mascarelle rudy sie suchen die lücke aus der chance wird doch nichts jetzt ist der gegner am ball das könnte gefährlich werden da ist die hereingabe da können sie erstmal klären gut juli unzufriedene schalke fans ein seltenes bild aber das ist im moment alles zu passiv ganz einfach an den ball gekommen und direkt zurück gespielt gnabry klassen klasse aktion von beiden mit dem besseren ende für den torwart saliv sané da wäre jetzt viel platz für den konter klasse zu spiel der ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst der blick zur uhr noch sieben minuten rudy mariega gut das könnte die gelegenheit werden gnabry ballverlust ballverlust gut mariega rudy schöpf schalke jetzt über außen sehr guter einsatz klassen da wäre platz für den konter ja sie versuchen es weiter jetzt kann er flanken starkes täglich hier jetzt schießt er kein tor da blocken sie den ball gerade noch ab rudy rudy der schiedsrichter pfeift ab das war's sieg ist sieg fragt später eh keiner mehr wie der erfolg zustande kam ja und deswegen werden sie auch ganz schnell einen haken an diese spiel machen kurz freuen ist ok und dann gleich wieder fokus auf die nächste plattform wie fandst du max ruse heute buschi ganz toll also überragend hat mich total überzeugt und das liegt nur wegen der beiden treffer und damit läuft die erste hälfte schalke 04 mit dem anstoß jetzt die flanke gut aufgepasst so wird das hier der versuch stark vom torhüse ja das gibt Eckball superparade der schlussmann war hochkonzentriert und auf dem posten die chance ne drüber war mal das knapp da hat nicht viel gefehlt max kruse max kruse max kruse da wäre jetzt platz da ist die flanke sie haben diese partie jetzt doch mehr oder weniger im griff sieht im moment gut aus und das tor gibt natürlich zusätzlich selbstvertrauen die flanke ich nenne das mal arbeitssieg gegen den schaukel augsburg gewinnt 3-1 gegen hamburg 3-1 gegen 3-1 gegen ok müllwald ich muss vertrag verlängern mit müllwald schnell sonst wird ja nix müllwald Phil habe schon ok die neue held ist einfach so ne Alles klar. Oh, Wolfsburg ist jetzt auf dem ersten. Na gut, wir haben zwar ein Spiel mehr, aber die sind gut dabei. Ich guck mal kurz die Tabelle an. Das war noch sehr jung, die Saison. Aber mal gucken, wo so ein bisschen der Weg mit den einzelnen Mannschaften gehen. Ah, nicht so geil. Äh, sonst ist kein Aufsteiger dabei. Wo ist denn der nächste Aufsteiger? Köln auf dem 9., Berlin auf dem 8., ja. Da gibt's sogar ein Berlin-Derby. Oder, ne, hat das abgestiegen? Stimmt, bei mir ist der Hertha abgestiegen, da gibt's ja gar kein Berlin-Derby. Lul. Alles klar. Das war denn diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Schubio! Ein steter Strom vorbei am Weserstadion. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Denn Werder zaubert, siegt und lacht. Ja, Werder ist die Fußballmacht. Der Norden und dem Rest der Republik. Wir sind Werder Bremen. Grün weiß das Emblem. Werder, der Meister von der Besa. Das Phänomene. Das Phänomene. wir sind Roman alleember 2. Schuhe.